du hast es gekillt gabriel kelly gewinnt let's dance gabriel kelly gewinnt let's dance du hast es gekillt jubelt die jury gabriel kelly gewinnt let's dance gabriel kelly das jüngste mitglied der berühmten kelly family hat die neueste staffel der beliebten deutschen tanz show let's dance für sich entschieden er setzte sich gegen zahlreiche talentierte teilnehmer durch und beeindruckte sowohl die jury als auch das publikum mit seiner herausragenden tanzleistung ein überraschender favorit zu beginn der staffel waren viele zuschauer skeptisch ob gabriel kelly der er als musiker bekannt ist das zeug zum tänzer hat doch bereits in den ersten folgen zeigte er dass er nicht nur über eine beeindruckende musikalität sondern auch über ein exzellentes rhythmusgefühl verfügt diese talente halfen ihm sich sicher auf dem tanzparkett zu bewegen und in die herzen der zuschauer zu tanzen der weg zum sieg der weg zum sieg war jedoch keineswegs einfach gabriel musste sich jede woche aufs neue beweisen und sich gegen starke konkurrenten durchsetzen ein herausragender auftritt war seine rumba in woche sieben die ihm von der jury standing ovations und höchstwertungen einbrachte die kombination aus eleganz ausdrucksstärke und technischer präzision begeisterte alle und festigte seinen status als favorit auf den sieg hervorragende chemie mit seiner tanzpartnerin ein schlüsselfaktor für gabriels erfolg war die außergewöhnliche chemie mit seiner tanzpartnerin der professionellen tänzerin isabel edwardson isabel eine erfahrene tanzlehrerin und mehrfache let's dance gewinnerin brachte das beste aus gabriel heraus ihre choreografien waren kreativ und anspruchsvoll und sie verstand es gabriels stärken in den vordergrund zu stellen jury und publikum übereinstimmend beeindruckt während der gesamten staffel gab es immer wieder lob aus allen ecken besonders mozzi mabuse die als strenge aber faire jurorin bekannt ist war von gabriels entwicklung begeistert gabriel du hast es gekillt rief sie in der halbfinale show aus nachdem er eine feurige paso doble mit isabel aufs parkett gelegt hatte auch joachim lambi bekannt für seine scharfe zunge fand lobende worte du bist der beweis dass harte arbeit und leidenschaft alles möglich machen die entscheidende finalnacht in der großen finalnacht wurde es dann mehr als spannend gabriel und isabel traten gegen die weiteren finalisten an die ehemalige eiskunstläuferin sarah lombardi und der schauspieler luca henni beide hatten ebenfalls beeindruckende leistungen gezeigt aber gabriel setzte sich letztendlich durch sein showtanz eine kraftvolle mischung aus verschiedenen tanzstilen riss das publikum von den sitzen und bekam von allen drei juroren die höchstpunktzahl auch das publikumsvoting das fast die hälfte der entwertung ausmacht brachte gabriel den entscheidenden sieg die zuschauer honorierten seine kontinuierliche verbesserung und seine leidenschaft die er während der gesamten staffel zeigte als er schließlich den pokal in die höhe stemmte dankte gabriel tränenreich seiner familie seinen fans und vor allem seiner tanzpartnerin isabel reaktionen aus der kelly family und der öffentlichkeit die kelly family die seit jahrzehnten ein fester bestandteil der europäischen musikszene ist war die ganze zeit über eine große unterstützung für gabriel mighty kelly seine schwester und selbst ehemalige let's dance gewinnerin war oft im studio um ihn anzufeuern ich bin so stolz auf dich kleiner bruder schrieb sie nach seinem sieg auf instagram du hast uns alle mit deinem mut und deiner hingabe inspiriert auch aus der öffentlichkeit gab es viel zuspruch die sozialen medien waren voller glückwünsche und lob für gabriel viele betonten wie sehr er sich in den wochen der show entwickelt hat und wie inspirierend es sei jemanden zu sehen der seine komfortzone verlässt und etwas neues wagt wie geht es weiter für gabriel nach seinem sieg bei let's dance hat brille kelly angekündigt dass er weiterhin tanzen und möglicherweise sogar eine professionelle tanzkarriere in betracht ziehen will das tanzen hat mein leben verändert sagte er in einem interview nach der final show es hat mir gezeigt dass ich mehr kann als ich je dachte und ich möchte diese leidenschaft weiter verfolgen seine fans dürfen gespannt sein welche neuen projekte gabriel als nächstes angeht es steht außer frage dass er mit seiner entschlossenheit und seinem talent noch viele weitere erfolge feiern wird autor anita farke samstag 25 mai 24